Leute, ich bin es nochmal heute. Wisst ihr, was passiert ist? Während ich diese letzten Videos aufgenommen habe, kam eine Nachricht von meinem Rechtsanwalt, dass folgendes passiert ist. Es gibt eine Zusammenstellung meiner Videos von Gerichtswegen, die jetzt als Beweise verwandt werden. So sieht es aus. Gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also wenigstens habe ich ja jetzt gesehen, sie wurden gesehen, jemand hat sie angeschaut, wer immer sie auch angeschaut hat, keine Ahnung. Mal schauen, was sie jetzt wieder draus machen, aber macht ja nichts. Alles gut. Endlich hat jemand sich mich angehört, hat also schon mal seinen Zweck erfüllt und freut mich total. Denn meine geschriebenen Worte werden ja irgendwie nicht wahrgenommen, aber anscheinend die gesprochenen. Das freut mich, das war mein Ziel und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Bis dann. Sollst du irgendwelche Informationen brauchen oder Hilfe deinerseits 089 122 96485. Danke, bis dann. Tschüss.